Ja, schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen und Herren. Und zwar genau richtig zu unserem Vorschlag zum Retter der Nation. Er ist der Problemlöser für dieses Land. Er hat in diesem Jahr den Comedypreis in der Kategorie Newcomer bekommen. Eigentlich hätte er das Bundesverdienstkreuz verdient. Hier sind ein paar Ausschnitte aus seinem Bühnenprogramm Heimatabend Deluxe, das demnächst auf RTL hier zu sehen ist. Paul Panzer. Mein Sohn, der Bolle, kam eines Tages an, meinte, Paps, ich würde gern so Tierpatenschaften übernehmen. Ich sag, nee. Jetzt meint die Hilde, aber komm, der Junge braucht ein bisschen Kontakt zu anderen Lebewesen. Ich sag, gut, komm da also an, mit so'n Schächtelchen, da waren so Tehermieten drin. Freunde, was für ein Fiatsko. Meine Schwiegermutter hat ja ein Holzbein. Kennt ihr Köpperwelten? Köpperwelten, Freunde, ist die Ausstellung von einem Arzt, der hat Verstorbenen die Haut abgezogen, die in Plastik gebadet und in so ganz natürlichen Situationen dargestellt. Und so war im Prinzip die ganze Ausstellung aufgebaut. Da saß noch so ein Schachspieler, der guckt auf das Schachbrett, haut auch weg, wo du denkst, Junge, du bist dran, wie lang? Ja, und jetzt ist er hier bei uns zu Gast, der selbsternannte Pechvogel, der daran glaubt, dass für jedes Problem eine Lösung da ist und sei sie noch so kompliziert. Meine Damen und Herren, hier ist unser Vorschlag zum Retter der Nation. Hier ist Paul Panzer. Hallo, Paul Panzer. Hallo, Freunde. Mann. Hallo. Schön. Ich hab dir ja zum Retter der Nation vorgeschlagen. Ja, selber schuld. Ja, aber du hast selber schuld. Also, ich hab mich geärgert, dass ich dich schon viel früher eingeladen habe. Du bist ja wirklich immer, du hast ja für jedes Problem eine Lösung. Richtig. Ja. Ja, das stimmt. Das kann man schon sagen, ja. Es kann ja gar nicht schwierig genug sein. Du hast ja auch eine Familie. Das stimmt. Ja. Noch. Aber wir arbeiten gerade dran. Nein, also ich hab ja noch eine Frau, die Hilde und mein Sohn Bolle und die Tochter Susaska. Und ich guck halt, wie ich irgendwie so durchkomm. Ist schwierig. Ja, ist schwierig. Bin ja schon in den Keller gezogen. Bisschen Keller. Ja, im Keller kommt meine Frau nicht hin, weil sie Angst hat vor Spinnen. Und jetzt renne ich einmal die Woche zum Zooladen und kaufe neue. Und dann haus ich im Keller. Das kostet so ein Kilo Spinnen. Das geht nach Beine. Und ich mach ja, hab ja den Riesentrick drauf. Im Laden, wenn keiner hinguckt, zupf ich schon ein paar Beine weg. Dann wird es billiger. Ich will mit den Tomaten und mal abwiegen. Kennst du ja aus dem Laden. Drei auf der Waage und wenn es gewogen ist, noch drei rein. So, krieg ja keiner mit. Du bist aber fischiger auch. Stimmt. Und bist du auf dem Tierland? Du hast doch viele Tiere, oder? Ja, ich hab viele Tiere. Also, obwohl mit Tieren muss man ja immer aufpassen. Ich hab es ja nicht so mit Tieren. Habt ihr ja mitgekriegt mit den Termiten, ne? Oder dann hatten wir noch Chamellions. Was? Chamellions. Chamellions, kennt ihr? Das sind diese, richtig, so was ähnliches wie Eidechse. Nur ausgestattet mit einer Sonderfunktion. Die können ja die Farbe von der Untergrundierung annehmen. Also, wenn du jetzt hier spinnst auf das, nee, das richte ich nicht hin. Aber jetzt sagen wir mal hier auf das rote Ding, dann wirkt die rot. Das stelle ich mir sehr interessant vor, wenn dir das Ding mal auf dein Hemd setzt. Ja, das stimmt. Klappt auch nicht immer. Wir haben ja zu Hause so ein Ceranfeld. Ah. Ist ja erst mal schwarz. Ja. Und wenn du dann, ne, hab ich schon ausprobiert, drehst du auf neun, Rütze, Randfeld, Rot, Chamellions bleiben schwarz. Werden ja noch kleiner. Werden ja noch kleiner. Ja, du machst ja dieses aus so einem Keller, das kann man sich ja angucken. Du hast ja auch schon Leute eingeladen bei dir in den Keller. Ja, das stimmt. Jetzt wurde es sags. Also, ich bin ja unterwegs mit meinem aktuellen Soloprogramm. Genau. Heimatabend Deluxe. Könnt gerne mal kommen, ne. Müsst ihr Kärtchen kaufen. Kostet kaum was, ne. Und dann könnt ihr vorbeikommen. Das ist riesig. Das läuft ja. Ich hab ja jetzt noch diesen Ding gekriegt, hier, diesen Türstopper, diesen Preis. Warum? Für dieses Rumpel auf der Bühne. Aber ich mein, aber mal ernsthaft, das Bundesverdienstkreuz hättest du doch eigentlich viel eher verdient, oder? Ja, aber war aus. Ja, Moment mal, wir haben ja noch eins. Da liegt doch noch das vom Klinsmann. Das kann er sich doch mitnehmen. Können wir ihm das zuschicken? Das könnten wir eigentlich machen. Freundchen. Hol's dir ab. Pass bloß auf, du. Der Klinsmann kommt nicht mehr. Warst du schon bei in Amerika? Ich war einmal da, hatte aber Probleme bei der Einreise. Seitdem sich an den 11. September da die Flugzeuge verflogen haben, machen die einen Riesenärger bei der Einreise. Jetzt hatte ich für meine Nichte eine Blutwurst im Handgepäck. Dann sind wir durchstrahlt worden, wie so ein Osterei, und dann haben die das Ding gesehen. Und dann ging es natürlich los hier. Ausziehen? Ich sag, wie, wenn der war misstätige Ausfahrt, hab ich denn damit gesagt, nee, ich musste mich ausziehen. Ich hab nur gedacht, lieber Gott, jetzt lasst mich bloß keine Unterhose an, wo Schießer draufsteht. Der kriegt dann wieder den falschen Halt. Tja, und dann ging es los. Dann fing der an, hier, Gummiding über den Finger drüber. Ja, ich kann das nicht beschreiben. Dann kam der Kollege rein, meinte, jetzt brauch ich noch eine Unterschrift. Ich sag, dann geh zu deinem Kollegen, der hat was zu schreiben. Also, dann ist ja auch klar, die kleine Hasenrundra. Fingerfarbe. Ja, könnte man es schon sehen. Super. Also, deswegen sehe ich schon, Amerika hast du drauf. Wir haben ja unsere, kennst du eigentlich Angela Merkel? Brauchst du einen Stuhl? Nee, ich hatte gerade eine Nierenkulik. Ja, kenn ich. Deswegen hast du auch so geguckt. Die guckt ja auch so, als wenn sie ständig eine Nierenkulik hätte. Die Angela. Die Angela. Die hat aber abgenommen. Ja, stimmt. Die hat ein bisschen abgenommen. Also, jetzt nicht so dürr wie diese, wie heißt sie, Katimos? Ja, ich glaube aber, die wird etwas bezwecken damit. Wenn die abnimmt, dann denkt die sich, oh Deutschland, wenn es euch nicht gut geht, seht her, mir geht es auch nicht gut. Ja, die will ja ablenken. Kann man ja. Aber die Katimos, kennt ihr die? Wer ist denn Katimos? Katimos? Die mit dem Schnupfen. Hier, diese Gans, wenn die keine langen, blonden Haare hat, würdest du die Jacke dran aufhängen. Das ist ja so ein... So dürres. Ja. Ja, so ein Hungerhaken, sagt man. Richtig. Brauchst du nicht röntgen, reicht eine Taschenlampe. Gibt es denn bei dir in der Familie auch so Fälle, wo man sagt, die sind zu dünn? Ja, war aber eine Fangfrage, Bräuchte. Ja, mein Sohn, der Bolle kam ja mal mit so einem Modell an. Eine Tschechin. Ach Gott. So ein Hungerhaken. Ach, aber Bolle, ganz stolz. Stand im Flur, Papa, dat ist Svetlana. Ich sag, wo? War gar nicht böse gemeint. Die stand so ungünstig, vor einer Fuge in der Wand. Hat er nicht gewusst. Hat er nicht gewusst. Was sie jetzt gemeint hat. Ja. Man kann sagen, Paul Panzer rette das Land auf jeden Fall. Wir haben es gehört. Er glaubt, dass jedes Problem eine Lösung verdient hat. Er lebt es uns vor, wie man auch mit einem Sprachfehler und Brille erfolgreich sein kann. Und wenn Sie wissen wollen, ob Paul Panzer zum Retter der Nation gekürt wird, dann bleiben Sie dran. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Und da sind wir auch wieder zurück, meine Damen und Herren. Und wenn Sie hier im Saal der Meinung sind, dass Paul Panzer ein würdiger Retter der Nation ist, dann erheben Sie sich, jubeln Sie. Ja. Und damit ist es eindeutig. Paul Panzer ist Retter der Nation. Das ist dein Klingelschild. Das kannst du dir an die Kellertür machen, da weiß deine Frau Bescheid, wo du bist. Ja. Wir sehen uns nächste Woche leider nicht, weil da ist Domino, der hier auf RTL. Deswegen sehen wir uns erst in zwei Wochen wieder. Dann bei uns zu Gast, Dirk Bach. Also Deutschland, macht's gut. Macht was aus euch. Ihr habt verdient. Die Welt ist schön. Und tschüss.